Hallo und herzlich willkommen zurück zu It Takes Two und dem Ort, wo Kat sauber machen wollte, was sie aber natürlich wieder nicht getan hat. Sie lässt unsere Tochter einfach nur verschimmeln. Verstauben, wenn ich bitten darf, es ist Staub und kein Schimmel. Nicht einmal, whoops, da hat's geruckelt, nicht einmal sowas kriegt er hin, richtig zu formulieren. Ist das heiß? Ja. Du kannst da nicht so. Ich kann mich nicht mehr groß und klein machen. Ja, wir sind ja auch nicht mehr im Weltall. Kann ich dir in den Arsch treten, dass du da durchfliegst? Äh, cool. Oh, Fetty, du musst hier drauf. Das heißt Fetty, warum? Ich habe jetzt das ganze Gespräch nicht mitgekriegt, Hey, das ist voll doof. Wir müssen da aufhören zu kriegen. Aber die können doch nicht einfach ihren Lieblingselefanten kaputt machen. Ja, ich denke auch, wir sollten das Spiel hier sein lassen. Die 5 hat sich was getan. Bei der 5? Ah! Ja. Weil guck mal, immer wenn ich da draufstehe, sind die Wörter da, wenn ich da runtergehe. Ah, ha, 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 ha. Pillebarte des Todes. Oh ja. es sieht eher aus wie so diese alten Kaurumi-Automaten. Ich geh mal runter, ne? Und jetzt? Ja, ich glaub du kannst. Das ist gelb. Ich kann, ich weiß nicht was passiert, aber ich kann hier einen gelben Knopf drücken. Ja, mach mal. Kann sein, dass du dann, äh... Ach so. Ah nein, perfekt. Grün und ich bin runtergefallen. Ja, ich auch. Ich war mir nicht sicher, ob gelb so bleibt. Aber ja, bleibt so. Perfekt. Ja, bleibt nicht so! Du wirst... Okay. Kriegst du eigentlich ein bisschen hier. Und... Nimm ein. Ja. Entspann dich. Du nimmst wieder Anlauf über die ganze Platte. Ah! Nein! Scheiße. Ja, von vorne. Okay. Ja, du musst das sagen! Du warst am Laufen. Ich hab dich beobachtet. Ich sehe, was du machst. Ja, bitte. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. So, ich hab die vier. Ja. Ich sehe eine sechs. Ja, die ist bei mir. Ja, ob die auch weggehen, wenn ich runtergehe? Ja, die auch weg. Heute ist er wieder so lustig. Mensch, äh... Ja? Vor dir, da kannst du dran hangeln. Ach. Dem Cowboy zwischen den... Lassen wir das. So. Komm, hol das, lass uns raus. Oh, der ist ja noch in der Wand. Wir haben Mäuse. Maybe they're friendly and actually help us in this world. Ja, genau wie die Eicheln sind. Ah, der ist schon mal so viel funktioniert. Ach so, das ist einfach nur. Nee, I have chucked. Ah, okay, die drehen sich. Oh! Das ist ja gar kein Problem. Nein, scheiße. Hä, wie hast du... Wie bist du da durchgekommen? Jetzt geht. Ja, den hab ich nicht. Er merkt das. Ich bin übrigens da. Echt jetzt? Ja, ich bin deutsch. Ähm... Ich liebe das viel. Ähm, ja, das könnte jetzt etwas länger dauern. Tatsächlich. Nein! Ja, nein! Nein! Oh, Gott sei Dank! Ja. Ein Safe-Punkt, oder? Halleluja! Halleluja! Ja, waren ja am Ende nur noch 2-2. Oh! A peddler! Oh, warte mal. Mach mal das Schwein. Ich bin weg. Du brauchst die Maus! Die Maus! Nö. Okay. Wir fangen an mit Schwein. Du machst. Okay. Nein! Alter! Warum? Du hast die falsche Ausgabe. Warum? Ja. Also das nächste ist die Maus. Die Maus. Äh, Löwe? Gibt's nicht. Rüber! Du musst die Seite wechseln. Ja, ja, ja. Zwein? Nein! Warum? Ja, warte, warum du das machst. Warum geht die automatisch drauf? Seit wann das? Ja, und jetzt macht's ja nichts mehr. Äh, ich... Wollen wir tauschen? Aber du kannst die Tiere nicht auseinanderhalten. So. Maus. Maus. Und danach musst du wechseln. Ja. Pferd. Schaf oder Maus? Äh, Fein. Ja. Äh, Bär. 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 Alter, ich wäre noch nicht. Oh nein. Oh, das kann ja was werden. Ähm. Wir fangen mit Frosch an. Ja, und dann kommt der Löwe auf jeden Fall. Das steht nicht fest. Doch. Achso. Ich bin drauf. Frosch. Hund. Löwe. Löwe. Schaf. Frosch. Ich hab keine Kuh. Ja, äh, Bann. Ja, gut. Ja. Frosch. Dann war Löwe. Ne, Maus. Hund. Hund, 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 Hund. Du hast gesagt Maus. Ich höre auf dich und schon bin ich oben. Ich hab keine Maus. So, dann Hund. Genau, bleib. Dann Löwe. Schaf, 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 schaf. Und Frosch. Frosch. Und Löwe. Löwe. Kriegst du ja einen Herzinfarkt, kriegst du ja da. Ich mach nix, hab Kuh. Nee. Oh nein, ja, Kuh. Brauch ich. Ja! Ich bewege mich aber immer weiter. Halt jetzt auf. Oh Mann, das wird echt schwer. Okay. Das ist ne ganz schön miese Perspektive. Aber wohin dann? Ach hier, ich hab's, war nicht so schwer. Kleine Hüpfstuhle. Alter, das wird nix. Du kannst die Kamera ein bisschen drehen. Ja, aber selbst wenn ich das mache, ist es irgendwie super eklig. Und dann nach rechts drauf. Falsche Seite. Du musst rechts rüber. Der ist tiefer. Ja. Und dann auf den oberen letzten. Nein, ah. Nein, ah. Ähm. Was mach ich denn? Jetzt. Also es ist nicht das, wonach es sich angehört hat, Leute. Ach komm jetzt, das ist doch nicht wahr. Sorry. Ich hab auch die Kamera ganz anders gehabt. Wie denn? Dann war das voll easy. Das ist doch. Ich bin schon so gewohnt, F zu drücken. Warum setzt du dich auch da drauf? Ja, no cheating. Oh oh. Du musst dich auf eine Zeit draufstellen. 3 plus. Ja, du musst auf die 2. Zum Beispiel. 10. 5. Äh. Dann geh ich auf die 3. Das ist ja fast so wie hier Ding aktivieren. 14. Ja. Was ergibt 14? 7 Bomben. Naja. Oh. Ach so. Du zuerst. Okay. Und noch eins. Türchen. Ja, du bist nochmal dran. Weißt du nicht, wie Memory funktioniert? Ernsthaft? Ja, du. Du darfst nochmal. Du hast ein K. Ja, das hat wohl nicht gestimmt. Also. Oh, warte. Ja, ich habe nicht so viel Glück wie du. Hier, hier. Darfst nochmal. Das hatten wir doch schon. Ja. Man nimmt immer Neues. Äh, das war da. Das war da. Ich bin voll die Hilfe, ne? Das war da. Nein, hier, wo ich draufstehe. Ja, das heißt, ich habe alle gelöst, oder was? Oh, mein Gott. Oh, ja. Das darfst du machen. Wir brauchen beide. Oh, ich kann das tun. 1, 2. Oh. Oh, du bist ja dran vorbei. Ich glaube, es zeichnet nur einer. Ich mache jetzt nichts. Ja, doch, du musst, du musst runter. Ach so. Ja. Du bist für runter und ich bin nur für links und rechts. Ich dachte, du bist ja auch dahin. Hoch. Da unten die 8. Rechts, rechts. Ja, rüber. Nein, wo ist jetzt hin? Hoch. Und ein bisschen rüber. 12. Die Zeit läuft. Die haben wir nicht. Die haben wir. Hoch, hoch, hoch. Du musst auch rechts. 19 ist da links. Sie haben die 16 vergessen. Die ist drin, hat gezählt. Runter, nach links. 20, 21, rechts. Was ist denn da? Weiter, rechts, 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 rechts. Hoch, hinter dir. Nach links. Runter. Was soll ja Katze sein? Ja, ich sag doch, Katzen sind nicht schön. Nicht, wenn du mal. Du hast ja immer vergessen. Das ist immer wieder am Anfang. Mein ist jetzt deine Maul. Oh nein, das kenne ich noch. Das war immer so geil. Oh mein Gott. Ja, ja. Das kann ja nichts werden mit dir. Oh, fuck it. Ach, ich gucke so zu dir. Labyrinth Games. All of those are fun. Why are you so excited? Was ist die Kugel? Da, schau mal hier vorne. Why? I've never seen you play them with Rose. Of course I have. Okay, was machen wir denn damit? Wenn wir das jetzt. So, wir müssen jetzt unser Gewicht verlagern. Also, die muss nach... Genau zu mir. Und dann... Ja, warte mal. Aber Runde auch. Ich habe viel zu einfach. Eva Schreif halt. Da guckst du. Schon zu viel erreicht. Aha. Oh, es geht erst noch weiter. Jetzt wird es schwer. Jetzt wird es schwer. Ich habe doch gesagt, was reißen wird. Ich hätte nicht bei dir schauen dürfen. Stimmt, ich habe auch bei dir geguckt. Ja, wieso? Ist mir eh dasselbe. Links. Bisschen rüber. So, und dann runter. Und gleich auch rüber. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt wird es tricky. Ja. Nein! Zu weit rüber. Ja, ich hätte... Nicht ganz ja auch da oben. Ja, ich hätte... Ich weiß. Ja, das ist jetzt dein Problem. Oh, aber ey, die hat sich jetzt aber mit Mühe und Not am Leben gehalten. Das. Ich gucke, ob du es ist. Ähm. Haha. So, und jetzt laufen wir auf den Schalter zu. Auf den Schalter. Nein, rüber, rüber. Uh! Nicht zu weit. Da hat ich gepasst. So, und jetzt müssen wir die Maus loslassen. Mit Cap hält man die Probleme, die man ohne sie erst gar nicht hätte. Oh, der Schnatz. Er hat keine Flügel, ist kein Schnatz. Ach, das war es schon. Ah, guck mal, der ist jetzt Käse. I told you, the Maus are friendly. Ist das süß gemacht. Boah. Alter. Alter. Dass wir es... Dass ich es auf Anhieb geschafft habe. Ja. Ja, wo ist mein Keks? Das ist du. Ähm. Gib's wenigstens zu. Ja, ich bin überrascht. Äh. Also irgendwas... Müssen wir vorher noch machen? Nee, schau mal, wir müssen da unten drauf bleiben. Weil dann geht's... Nein, das verschwindet gleich wieder an. Geh mal durch deine Seite. Aber ich bin grün. Ich bin eingeflau. Ich bin eingeflau. Ah, I have checked. Du nicht, ne? Nö. Pass auf. Das ist voll easy, wenn man sich beeilt. So, du musst hier rüber. Oink, oink. Ja, dann geht hier zwischen Platz. Das heißt, du kannst dazwischen an der Wand... Okay, ich hab' ich verkackt. Aber du kannst dazwischen an den Wänden springen, bis du oben drauf bist. Ich glaub's ja nicht. Ja, doch, ich schon. Ach so. Aber das Grün ist meine Seite. Ja. Ich find' er jetzt. Guck mal, das ist ein grüner Schalter. Weißt du, was das heißt? Grüne Menschen nicht umgehen können. Klappt nicht. Äh, wo ging das jetzt auf? Wo geht was? Weiß ich nicht. Ah, da die Seitenwände. Beide? Also, oder kann ich jetzt weiter? Weil es muss einen Grund haben, dass die farblich unterschiedlich sind. Also bringt das was, wenn ich jetzt hier hochlaufe. Mache ich mal deine Arbeit hier. Dafür hab ich dein Ding gemacht. Gut, fang' wir hier an. Wo bleibst denn du? Hahaha. Oh. Oh. Oh, pull me. Pull me. Haha. Nee, ich möchte das nie. Alter. Du musst auf den Pupsen drauf. Ja, ja. Du kennst dich doch sonst mit Pupsen aus. Hahaha. Okay, und jetzt? Muss ich da rüber, glaube ich, oder? Aber das schaff' ich nicht. Kann ich mir halt auch noch nicht so ganz erklären. Nö, das schafft man nicht. Dann gehen wir auf den anderen Pupsbalken. Da ist ein Haken unten drunter, da muss einer dran. Aber du hast den Haken gesehen, ja? Der Haken war da, als ich aber auf dem anderen war, ja. Willst du auf den? Ja, mach' mal nochmal. Nee. Schau' und jetzt kommt da nämlich einer. So, dann musst du runter. Nein, wenn ich unten bin, ist der Haken wieder weg. Nee, er bewegt sich nach hinten. Beeilig. Auf das andere Pupskissen. Das andere Pupskissen, ja. Was auch noch mehr ist. Geh drauf. Ich war halt die ganze Zeit, dass du da drauf landen hast. Prost. So, jetzt. Genau. Ah, wow, das war knapp. So, jetzt. Nee, du musst mich erst auf das andere. Ich muss erst auf das andere. Warte, oh, schalte. Genau, jetzt geht mein Handy los. Ah, sorry. Jetzt nochmal. Alles gut. Siehst schon. Ja, kommt. Sehr gut. Ja, ich bin der Erste. Ja, ich musste dir ja erklären, was du zu tun hast. Ah, das Bälle war das Todes. Na gut. So, welches Tier bist du heute? Ja, das war mir so klar. Das ist ein Stinktier. Ich hab Nashorn gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, was das war. Es war ein Stinktier. Oh, Wasser. Etwas, was du nicht kennst. Klatsch. Oh mein Gott, das ist cool. Ah! Nicht so cool. Ich will rutschen. Warte mal. Ich kann rutschen. Das Ding ist kaputt. Noch nicht schnell raus hier, bevor die Viecher kommen. Ich hab mir nicht gekriegt. Okay. Ja, gut. Jetzt sind... Ähm... Hier, der Hund macht noch. Hier ist noch ein Gelb. Ach so, hier ist noch ein Gelb. Ja, ich hab Grün schon gedreht. Und... Oh. Ach, schau, jetzt sind die gelben Bälle nämlich dann auch weg. Tada! Ich würde sagen, wir schauen uns, äh, das, was da drüben auf der anderen Seite liegt. Da hängt ein Hund, oder? Nee. Ist das ein Adler? Ist das ein Vogel? Und der Yuseko geht einfach weiter und verdingst mir hier mein volles Ende. Die Leute wollen das sehen. Krüppel. Es ist ein Hundevogel. Bleibst du jetzt stehen? Oh, ich kann malen. Ich kann malen. Bleibst du jetzt stehen? Alter Schwede. Ich weiß schon, warum hier Scheidung fällig ist. Aber Snake und so. So, du kleiner. Hör jetzt auf. Bleib stehen. Löscht es jetzt einfach. Wo ist die Löcher-Taste? Ich lösch dein Leben. Goody, grab the other one. Ah, the simpler days. It's nice to have limitations. Yeah, what about creativity being stypled all that? Huh? It can't do much with tune-ups. You'd be surprised. You just have to learn to use what you have to make something great. Das ist aber kein Snake, ne? Toll, wir machen jetzt einen Rahmen, ne? Wir machen einen wunderschönen Rahmen. Komm, komm. Oh, ich habe eine Idee. Mach mal hoch. Wir machen das ganz schwarz. Nee, oh Gott. Geh mal rüber. Geh mal rüber, rüber. So. Warte, stopp. Nein, runter. Ja, weil du machst links und rechts, ne? So, und jetzt halt mal. Nein, nicht so. Stopp, jetzt halt auch. So, warte. Nein, na. Ich wollte jetzt Ende reinschreiben. Weil Folgenende und so. Ha, ha, ha. Weißt du? Dann schreiben wir jetzt einfach Start und machen weiter. Dazu müsste man erstmal die Folge beenden, bevor man weiter... Ich kündige. Okay. Also, Leute. Also, vielen Dank für's. Ah. Mal. ков Tweets. Mal.